Musik Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ersten Gameplay von Eurotrack Simulator 2. Ja, wir machen heute ein Auftragsgebot und zwar von Bern nach, wohin fahren wir? Ähm, ja, von nach, 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 Genf. Ja, dann nehmen wir mal den Auftrag an und warten, bis wir auf der Straße sind. Da, 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 da. Dann mache ich gleich noch den Radio rein. Ähm. Ähm, ähm, so, den. So. Dann fahren wir los. Haben wir die Ladung dran? Ja. Dann fahren wir mal los. Ja. Da, da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, dass wir hier links sind. Und dann geht sie auf die Autobahn! Und dann geht sie auf die Autobahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier ist 100, aber wir fahren mal 90. Das ist glaube ich auch die Höchstgeschwindigkeit oder die, die, ähm, sagen wir mal, mussbare oder die Geschwindigkeit, die man fahren muss mit einem Lastwagen auf der Autobahn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Uh... Ja, was war denn das? Äh, okay. Ich glaube, das war ein Bug oder so. Das war mir noch nicht passiert. Schauen, ob es hier jetzt auch so ist. Nee. Check ich nicht. Ach, zig. Und erster Aufenthalt in Genf. Oder noch nicht? Ich glaube, hier war ich schon mal. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich war hier schon mal. In dem Fall. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin jetzt nicht besonders gut im Einparken, aber ich probier's mal Uh... Oh... 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 Perfekt Ähm... Dann T... So... Ausgezeichnet Haha... Haha... Ja, das war auch schon mein Gameplay von Eurotruck Simulator 2 Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch Ich würde mich sehr sehr darüber freuen Ja, dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Ichическая Vielen Dank.